ARMYN Der eine schreibt gut half und Kaspar schreibt no Schaut das einer? Uns ne Freisheit, der geil Ich steh an dritter Stelle, ich krieg den Header von ihm Er ist auf dem Balkon, hier steht genau vor ihm Schade Sein Schuss geht natürlich alles durch Ich hab echt keine Lust mehr, Alter Vielleicht die nächste Kombination in Jungle ist niemand mehr Wir haben ein bestes Spiel Ruhig bitte, ruhig bitte, ruhig bitte, ruhig bitte Was machen wir denn jetzt? Perfekt, Digga Wach dich, wach dich knappig Hast du ihn bekommen aber? Nein, ich hab dich bekommen Ha, gotcha Alter, mächtige Waffe einfach Man, mächtige Waffe einfach Landet mal für, für Ramp Okay, Ramp kommt einer Landet mal für, für Ramp Das ist perfekt gelaufen, Digga Warte, wir sind auch Soll ich dir meinen AWP droppen? Warte, ich geb's du dir, okay? Hast du auf jeden Fall farblich Warte, ich bin der Warte, ich bin der Der W-W-W-D Kobi OOOHH Kobi Die Bewerbung von F-Chimp Ah, Entschuldigung? Nein, nein! Wait a minute! Irgendwie in den Endkopf, was soll ich das? Rush denn da rein, mit Bombe! Antonius, von Antonius Snyder. Geil! Hang on! Finally! Ja, deswegen sag ich, du bist der offizielle Planter einfach. Fuck it, what a nigga like me won't do. Ja, aber dann kannst du doch kein... Meine Mutter macht den Livestream an. Hör auf, meine Mutter zu beleidigen in kleiner Kuh. Du gehst David auf dem zweiten Bildschirm zu. Kannst du sehen, wie elegant ich plante. Wie elegant ich plante. Mann, lass mich doch dahinter den Kasten, du Wichser! Das Schraublet, Alter, ich schlag gleich schon wieder irgendwas zusammen, Alter. Au! Kaspar hat so'n Talent dafür, sich einfach genau in mein Visier reinzustellen. Ja, mach doch einfach mal, Anton. Wir wissen beide, dass du's willst. Ja, unnötzig, ich... Ja! Wir sind alle hier. Wir sind alle hier. Wo ist hier? Äh, ich steigere mal einen Rolli rein, oder? Ja, einer nach B. Ich steigere mal einen Rolli rein. Äh, einer City? Vietnam Pier war nur. Ich steigere mal einen Dschungel von hinten. Ich steigere mal einen Dschungel von hinten. Und das, Kinder, ist, wie ich deine Mutter mitgeteilt habe. Einer hat minus 70, leider. 78. Ey, 78? Also, der Typ mit 70 hab ich schon tot, oder? Ach nee, einer hat noch minus 70. Ne, das war nicht. Hä? Ich hab zwei Monate lang sehr viel gekifft. Nade. Ramp. Nade wahrscheinlich. Ich werd euch mal dringend, wie man Akzent, falls Englisch spricht. Kein Ding, Dicker. Alles fürs Team, weißt du doch. Mann, Dicker Kasper, ich schwöre, ich schmeiß gleich vom Server, Alter. Machst du eine extra Rolle, der Schweigsame. Kann ich euch aber keine Barbercoils machen. Machst du eh nicht. G-Lover of the Russian Queen. Ich hab keine Zeit, Schau zu kommen. Ja, naja, aber... Keine Ahnung, kann der sein... Ja, aber... Ja, aber... Der Mann. Was du Stunt to speak. Er heißt sogar Kasper 192. Das ist das Witznamen, Bacardi. Schön Paulanerzapfen hier. Ne, das sieht eher aus wie Kakpa. Kannst du kein Russisch mehr, David? Kasper. 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 Komisch, dass er, wenn er Russe ist, ein Jazzesprofilbild hat. Unterstützung deutscher Leitkultur oder sonst. Ganzer Stadt ist mit dabei, ganzer Pappescher voll Eis. Lass mal nicht mehr mit Anton spielen. Er sagt immer... Taktisch. Ruhe spielen, weißt du. Nicht rushen, weißt du. Spots halten, dicker. Scheiße, ja. Weiß ich nicht, dicker. Weiß ich nicht. Muss das? Die Puschen, die Puschen, die Puschen. Ja, lass mal dich einfach mal sterben, dass wir auch ein Paket kriegen. Ja, und dann hilfst du mir nicht mal, weißt du? Natürlich. Ja, versteckst dich da, dass du nicht stirbst. Dann schirbst du trotzdem. Wie im Zirkus, sei mal so ein Kreis rumgeschossen. Oh. Was loslernen, ne? Bisschen hell. Der kann schon defusion. Loser! You're a loser! Nächste Runde müssen wir, glaube ich, ne Eko machen. Oh, hell no! Konnektor. Ab ihn. Ab ihn. Das ist ein Scherz, wie die bei Alex spielen. Einer war noch auf A. Klienter bitte weiter. Bin dabei. Oh, Jungs, echt? Eins auf, eins auf! Ich hätte den so klauen gehen. Anton eigentlich auch einfach... Man! Ey, was soll das? Jetzt sind wir quitt. Glückwunsch. Einer hat schon Tetris? Zwei Tetris? Headshot! Als jetzt hättest du mal eine Chance auf den Ace gehabt, Anton? Wolltest du es dir nicht? Das war ein Test und du hast ihn nicht bestanden. Oh, Anton! Warum hast du keine Smoke? Anfängerfehler. Was war, hast du eigentlich mit der App geübt schonmal? Oder viel? Ne, da musste ich mich anmelden. Apps! Oh! Ich bin in der Smoke gefangen, Alter! Mich selbst nicht mal gesehen! Dumm sein! SOS! Hassen Alarm! Zieh die Stäbe raus! Doch pass gut auf! Karte! Karte! Es ist ein Scherz! Wirklich! Then I remembered that alcohol existed! Ja, weil... Der hat sich da halt wahrscheinlich richtig... Ja, äh, äh! Kaffst du auch irgendwas, oder? Ja, ne Diegel! Okay, um genau zwei Headshots in Kaspers Kopf zu verteilen! Haha, du wickst ja! Jetzt sind wir quitt! Glückwunsch! Petrus und Darth! Schade! Können wir wieder heulen! Was mal alle so ne Gruppe erstellen, die Heuler oder so? So, aufs Selbsthilfe guckt! Wunder was! Bench, äh, Scher mein ich! Sorry! Mann, ja, shut up! Durch die Wand, dicker! Maul, ey! Wirklich! Shut up! Nein! Gibt's 100 Punkte! Oh, Baby! Was mach ich jetzt? Schöne Situation! Ich kann auch ein Faceit leider, bleibt mal bestimmt da! Habt ihr die Bombe gesehen? 10 Schloss war! Habt ihr die Bombe gesehen? Wie der einfach schreibt easy, alter, das war's komplett! Oh, jetztANG! Oh, hier ist ja. Oh, hier war's undowe ist das gut. Untertitelung des ZDF, 2020